hallo ich denke die meisten von euch stellen sich die frage was passiert denn jetzt mit dem s&p 500 wie geht es mit dem us-aktienmarkt weiter kommt es zu einer korrektur oder wird vielleicht eher tendenziell eine rallye angestoßen und genau der frage möchte ich heute nachgehen weil wir mittlerweile alle schon auf heißen kohlen sitzen gefühlt zumindest ich persönlich halte eine korrektur für sehr wahrscheinlich um warum dem so ist das möchte ich euch heute in dem heutigen video kundtun aber zunächst einmal wie immer der risikohinweis alles was ich hier aufzeige und kultur ist meine eigene persönliche und private meinung es ist keine anlageberatung und keine investment empfehlung jeder kann natürlich mit den informationen machen was er möchte und ich übernehme natürlich keine haftung und kein risiko aber warum sind sich jetzt so viele leute unsicher ob es tendenziell zu einer korrektur kommt oder ob es vielleicht sogar weitergeht und vielleicht eine rallye in kraft treten wird naja dann werfen wir doch einfach mal den blick auf das offensichtliche und schauen uns mal den chart an das ist der s&p 500 dargestellt in tageskerzen recht simpel was kann man erkennen was spricht für eine korrektur naja ich würde mal sagen das offensichtliche wir erreichen hier eine sehr sehr starke markante widerstandszone und tendenziell könnte es da zu einem turnaround kommen umgekehrt kann man natürlich sagen was spricht er gegen eine korrektur ja wir haben hier mittlerweile schon seit ein paar wochen einen sehr 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 starken aufwärts trend und den muss er erst mal durchbrechen und da müsste er also man sieht hier im chart das sind mehrere emas dargestellt also exponentielle gleitende durchschnitte und die muss ja erst mal alle durchbrechen durch eine korrektur und das wird sicherlich nicht leicht und deswegen sind sich auch viele leute unsicher und das sieht man auch sofort wenn man einfach nur einen kurzen blick auf den chart wird ich muss dazu sagen die meisten von euch werden sich sicherlich die frage stellen was sind das für weiße fähnchen oder diese pinken emojis die da im chart ersichtlich sind das ist ein selbst programmierter indikator von mir den den gibt es auch so gar nicht öffentlich den habe ich selbst entwickelt und der stellt mir wirklich sehr sehr gute wendepunkte da und das coole daran ist man kann damit einfach alarmsignale im trading für unterlegen und man kann zum beispiel dann auf tages kerzen sich eine e mail schicken lassen man es denn tendenziell zu einem turnaround kommt also sowohl long als auch schwarzseitig ja das ist das tolle dran soviel dazu und jetzt gehen wir mal über und jetzt zeige ich mal ein bisschen warum ich tendenziell von der korrektur ausgehe was dafür was da eher dafür spricht dann würde ich sagen schauen wir mal zuerst die saisonalität an da muss man wieder dazu sagen die ein oder anderen kennst bereits das ist kein öffentlich zugängliches seasonal tool das wir verwenden sondern eigens entwickelt ist und es hat den vorteil dass es uns für jede asset klasse die wir eingeben die optimale zeitliche jahresspanne bestimmt bei der die korrelation des aktuellen jahres kurses mit der saison prognose am höchsten ist das ist unter anderem ein vorteil davon und wie wir hier sehen zeigt er uns im linken diagramm eben den saisonalen jahresverlauf für den smp 500 hätte es super schön funktioniert in den meisten fällen und wo befinden wir uns da aktuell naja aktuell müssten wir schön langsam ein hoch erreicht haben ein neues hoch und ja dann müsste es auch statistisch gesehen zu einer korrektur kommen ich habe auch zusätzlich noch ein anderes chart dabei das kennen vielleicht eher weniger das stammt auch von unserem seasonal tool das zeigt uns wiederholungstäter aus der vergangenheit an also gibt es ein jahr das relativ identisch ist zum aktuellen jahresverlauf und wie wir hier sehen hat uns die software hier automatisch das jahr 2014 ausgedruckt und wenn man sich mal die beiden kursverläufe ansieht dann matchen die wirklich hervorragend und auch da hätten wir hier eine bestätigung dass es tendenziell eher zu einer korrektur kommt bevor es dann wieder weiter nach oben geht dann würde ich sagen gehen wir uns nicht mit dem groben jahresverlauf zufrieden sondern tauchen wir noch ein bisschen tiefer ab und ergründen auch die wochenstatistik und auch noch einen ganz besonderen chart den der ein oder andere schon kennt das ist auch wieder von unserer eigenen software und ich muss an der stelle mal dazu sagen weil es schon sehr sehr viele anfragen gab ist ein bisschen werbung in eigener sache aber ist eine gute sache denke ich also wir verwenden unser statistik tool unser seasonal tool sehr sehr oft und es hilft uns vor allen dingen bei swing und position trades sehr sehr gut manchmal auch bei day trades aber dazu komme ich gleich und das wird voraussichtlich ende diesen jahres bis aller spätestens anfang nächsten jahres also im januar könnt ihr auf jeden fall damit rechnen dass das erhältlich ist das tool so jetzt kommen wir aber zu den diagrammen schauen wir mal auf das linke diagramm das ist nämlich die wochenstatistik für den s&p 500 und da fällt uns was ganz ganz besonderes auf wenn wir da mal genauer hinschauen erstmal kurz zur erklärung die gelben balken ganz unten das ist einfach die wahrscheinlichkeit also wie hoch ist die wahrscheinlichkeit dass der kurs in dieser woche ansteigt und grün und rot kennzeichnet dann die bewegungsspanne rot der normale arithmetische mittel den man kennt und grün der median der median einfach weil dadurch ja dadurch ist das ganze ein bisschen statistisch bereinigter und diese ganzen ausreißer werden da weggefiltert und was kann man erkennen naja eigentlich in allen punkten also wenn man sich alle diagramme anschaut befinden wir uns aktuell in der schlechtesten kalender woche des jahres für den s&p 500 deswegen habe ich hier mal die wochenstatistik mitgebracht sehr sehr interessant auf jeden fall das rechte diagramm ist wie bereits erwähnt das verwende ich auch ganz ganz gern mal zur statistischen verifizierung beim daytraden was kann man da erkennen also man beachte mal die rechte seite ist auch wieder gleich aufgebaut mit wahrscheinlichkeit und statistischer bewegungsspanne mit median und arithmetischen mitteln und wir erkennen hier den 14 dezember das ist in drei tagen also diese woche der 14 dezember ist statistisch gesehen der aller schlechteste tag des jahres für den s&p 500 und das erkennt unsere software auch automatisch und das machen wir uns oftmals auch im daytrading zunutze um nochmals eine bestätigung dafür zu haben wie hoch denn die range ist gegebenenfalls um unseren stopp nachzuziehen oder wie wann können wir gegebenenfalls aussteigen und ist der trade für uns denn überhaupt interessant weil wenn man die range kennt dann kann man es auch besser einschätzen wie dann potenziell die crv ausgehen könnte und uns persönlich ist die crv sehr sehr wichtig genau so viel dazu so viel zur statistik dann schauen wir mal weiter dann schauen wir uns im nächsten schritt mal eine für mich persönlich essentielle analyse kategorie an also das schaue ich mir wirklich jedes mal an und auch wirklich ganz ganz viele verschiedene daten nämlich das sentiment ich habe hier sehr sehr viele verschiedene sentiment charts mitgebracht die ich mir persönlich immer anschauen um den möglichst allumfassenden überblick über den markt und vor allem seine dynamik zu bekommen und dann schauen wir uns zunächst mal das umfrage ergebnis an das sind einfach individuelle anleger die einmal wöchentlich befragt werden ich glaube immer donnerstags ich kann mich jetzt auch ihren aber ich glaube immer donnerstags sollten daran neue umfrage ergebnisse rauskommen und das ist ebenso der aktuelle chart nach dem heutigen datum was kann man erkennen ich habe zwei linien eingezeichnet die kennzeichnen die grenzwerte die für mich persönlich ganz ganz wichtig sind sind diese blauen waagerechten linien und dann unten sehen wir in der legende wir haben einmal einen blauen verlauf das sind die bären dann haben wir einen roten das sind die neutralen und dann auch noch das bullische sentiment bei den umfrageergebnissen in gelb bzw orange gekennzeichnet und da sehen wir dass es in letzter zeit extremst extremst bullisch war was ja auch der verlauf des amerikanischen aktienmarktes zum ausdruck gebracht hat also wir hatten ja einen extremen anstieg was passiert jetzt schauen wir mal genau hin nämlich erreicht dieser bullische umfragewert hat seinen grenzwert erreicht und beginnt nun zu fallen wohingegen der bärische umfrageanteil zu steigen beginnt und bisher war das fast immer ein wendepunkt in der vergangenheit dass es wirklich zu einem turnaround gekommen ist und dann eine korrektur eingeläutet wurde deswegen für mich sehr sehr spannend dieses diagramm so dann kommen wir jetzt zu einem sentiment indikator den wahrscheinlich die meisten unter euch kennen der sogenannte wix volatilitätsindex auch bekannt als angstbarometer und ich muss dazu sagen ich nutze den ganz ganz gern einfach weil er wirklich tolle ergebnisse liefert wenn man sich das ganze mal anschaut vielleicht erkläre ich es für diejenigen unter euch mal ganz kurz die den wix noch nicht kennen oder noch keine berührungspunkte mit ihm hatten in der vergangenheit schauen wir mal an was bedeutet denn wenn der wix steigt dann bedeutet es nichts anderes als das erhöhte volatilität auf dem markt herrscht die anleger werden unsicher risikoscheu sichern sich lieber zb durch optionen ab sind also allgemein ängstlich und besorgt über die zukünftige kursentwicklung auf dem aktienmarkt also wenn der steigt ist es eigentlich ein bärenmarkt der eingeleitet wurde was passiert wenn er fällt naja dann das gegenteil die volat wird geringer die angst flacht ab die anleger gewinnen ihr vertrauen zurück und es nimmt natürlich dem gemäß auch die risikobereitschaft auf dem markt zu das wäre ein klassischer bullenmarkt dann jetzt gibt es aber natürlich auch den fall dass man das ist beim wix zu einem hoch beziehungsweise zu einem tiefpunkt kommt und was bedeutet das das sind nämlich die sogenannten extrem werte wenn der wix extrem niedrig ist dann ist der markt viel zu optimistisch die anleger sind sorglos und in der regel kennzeichnet das dann einen turnaround und könnten uns dann potenziell in einem bärenmarkt wiederfinden umgekehrt natürlich wenn der wix fällt dann flacht die angst ab die anleger gewinnen ihr vertrauen zurück das steigt auch zunehmend und damit einhergehend nimmt auch die risikobereitschaft auf dem markt zu und es wäre ein klassischer bullenmarkt wenn wir uns den chart hier mal anschauen was erkennt man eigentlich hätten wir hier schon boden erreicht ich habe jetzt mal so ein dreieck eingezeichnet warum habe ich das eingezeichnet um einfach mal die potenzielle korrektur range zu kennzeichnen schauen wir uns das mal an theoretisch könnten wir uns laut dem wix jetzt eben auf einem markt hoch befinden und wenn der jetzt zu steigen beginnt würde es zu einer korrektur kommen das dreieck habe ich eingezeichnet um mal die range zu kennzeichnen wie hoch denn tendenziell was realistisch ist in auf welches level der wix denn steigen könnte da sieht man mal da wäre eine sehr sehr hohe bewegungsspanne drin soviel dazu das ist mir immer persönlich ganz ganz wichtig dass ich mir den volatilitätsindex anschaue weil ich daraus wirklich sehr sehr viele informationen über die stimmung auf dem markt gewinnen kann und jetzt gehen wir mal weiter beim nächsten sentiment indikator möchte ich gar nicht so ins detail gehen also das ist eine eigene darstellung die habe ich mitgebracht und da will ich euch einfach mal zeigen wenn wenn der ein hoch kennzeichnet dann ist es meistens auch ein hoch auf dem aktienmarkt ich habe wieder zwei linien eingezeichnet zwei blaue wo man erkennt wo ist denn der tiefpunkt und wo ist der hochpunkt und ja wenn diese rote linie also der verlauf sich eher in der oberen hälfte befindet dann sind wir noch in dem bullenmarkt und wenn der sich in der unteren hälfte befindet und dann sind wir eher in dem bärenmarkt wenn der jetzt beginnt zu fallen dann ist die wahrscheinlichkeit hat sehr sehr groß dass eine trend umkehr eingeleitet wird und das ist dann tendenziell zu einer korrektur kommt und wenn wir uns das mal anschauen dann könnte das der fall sein aber muss nicht sein wenn man mal die letzten wochen beobachtet dann sieht man dass der uns immer wieder ein bisschen ausgetrickst hätte weil er dann wieder leicht nach unten gefallen ist und dann auch wieder nach oben also der gibt uns jetzt keinen klaren aufschluss darüber wie es weitergeht mit dem smp 500 aber ich wollte ihn einfach mal dabei haben um aufzuzeigen wie ich denn immer vor geht bei meinen sentiment analysen bezogen auf den gesamten markt und ja tendenziell könnte der ja ja auch jetzt fallen und ist auf jeden fall sehr sehr spannend wie es da jetzt weitergeht den nächsten sentiment indikator können wir auch recht flott ergründen wie ich finde einmal im pink dargestellt der smp 500 und in orange das zugehörige sentiment ich muss an der stelle dazu sagen auf den sentiment indikator bin ich persönlich selbst nicht gekommen den habe ich von einem sehr sehr guten freund von mir und geschätzten treuen geschäftspartner nämlich von marco die ein oder anderen kennen ihn bereits und ja deswegen möchte ich das nicht selbst entscheiden ob ich den indikator offen lege und ich hoffe es sei mir verziehen an der stelle aber wenn der marco das mal offenlegt dann ist es völlig in ordnung aber die idee stammt nicht von mir und deswegen wird es ein wohlbehütetes geheimnis bleiben warum ist das so interessant für mich naja für mich im sentiment ein sehr sehr wertvoller bestätigungs indikator wer mich kennt und wer auch mal meine trades so beobachtet hat in der disco gruppe von marco dem wird auch immer sehr sehr schnell klar mir ist die analyse phase extremst wichtig besonders wenn es ums position oder swing trading geht beim day trading ist mir eher das timing wichtig da geht es mir nicht so um eine fundierte analyse aber bei den etwas mittel bis längerfristigen investitionen und trades lege ich in der regel sehr sehr großen wert auf eine ausführliche fundierte aktienanalyse oder asset analyse welche asset klasse auch immer jedenfalls fast schon eine gesamtmarktanalyse insbesondere beim position trades wo es halt wirklich um einen haltezeitraum von mehreren monaten hinweg geht und warum können wir den recht flott ergründen naja ganz einfach an der stelle interessiere ich mich eigentlich nur für die extremwerte wenn der besonders hoch ist wenn er also einen hochpunkt erreicht hat dann ist es tendenziell auch ein hochpunkt beim standardmarkt und umgekehrt gilt das gleiche natürlich auch beim tiefpunkt und wenn wir uns mal so ende november anschauen da war der sentiment indikator relativ hoch hat schon fast einen extremwert erreicht es kam dann auch zu einer trendumkehr auf dem markt und aktuell befinden wir uns auf dem gleichen level deswegen finde ich den auch ganz ganz spannend und wollte die mal vorzeigen dann habe ich noch etwas ganz besonderes dabei nämlich einen speziellen zyklus der sich immer wieder auf dem smp 500 abzeichnet bevor ich den aber erklär muss ich auch wieder dazu sagen dass mich auf die idee wieder der marco gebracht hat und deswegen möchte ich die gelegenheit an der stelle einfach mal nutzen um ihm mal meine dankbarkeit auszusprechen denn wer mich kennt und wer ein bisschen so meine story kennt und so meine laufbahn als trader der weiß zwar dass ich schon länger mich mit der thematik befasse aber so die größten sprünge in meiner trader laufbahn habe ich eigentlich gemacht in den letzten zwölf monaten und es war genau der zeitraum der mir wirklich am meisten weitergeholfen hat und was war vor zwölf monaten das kann ich genau sagen da war nämlich ein seminar das hat der marco abgehalten und das hat mir wirklich weitergeholfen und mittlerweile sind wir auch geschäftspartner haben eine eigene firma zusammengegründet nämlich muffin und wollen eben auch software tools anbieten um jedem anderen das leben zu erleichtern deswegen an der stelle mal ein großes dankeschön an den marco und ja ich kann nach wie vor immer immer noch sehr sehr viel von ihm lernen und ich denke mittlerweile gilt es auch zum teil umgekehrt ich habe ja einen eher technischen background ich programmiere auch sehr viele software und trading tools und die bieten wir dann eben auch in unserer firma an und ja wir sind beide trader und es verbindet uns und haben eine gemeinsame geteilte leidenschaft nämlich die börse und deswegen dankeschön so jetzt aber zum indikator also das ist ein besonderer zyklus auf den ich auch nicht näher eingehen wird aber schaut sich mal das genauer an also wir sehen hier so streifen im hintergrund das sind nämlich diese phasen und wenn man mal genauer hinschaut dann neigt sich diese grüne phase wieder dem ende zu aktuell was ist das für eine phase das ist eben die aufwärts gerichtete marktphase das bedeutet ja kennzeichnet halt einen bullenmarkt und umgekehrt das ist ein bisschen verschoben also diese abwärts und aufwärts gerichteten dreiecke sind ein bisschen verschoben das liegt aber einfach daran dass der zyklus nicht immer exakt läuft meistens immer mit einem gewissen phasenversatz aber manchmal trifft er den auch ganz ganz gut und deswegen würde ich den immer als bestätigungsindikator zurate ziehen wenn ich den s&p 500 analysiert niemals als primärindikator dafür ist ein bisschen zu ungenau aber der zeigt uns zumindest für etwas längere etwas mittelfristiger orientierte swing trades immer eine schöne richtung und da würde ich auch ungern gegen den zyklus handeln muss ich ehrlich gestehen lieber suche ich mir einen anderen markt als dass ich da unnötig gegen diesen besonderen zyklus trade genau so viel dazu zu guter letzt schauen wir uns noch an welche zahlen denn in der aktuellen woche auf uns zukommen werden man muss dazu sagen ich habe in der vergangenheit immer wieder den fehler gemacht dass ich mich zu sehr auf die technische analyse verlassen habe und dabei fundamentale kennzahlen und wichtige events und zahlen die in der aktuellen handelswoche immer so anstehen gar nicht erst berücksichtigt habe der fehler passiert mir mittlerweile gar nicht mehr das ist für mich ebenso wichtig wie die charttechnik und auch das sentiment und dies als realität das ist alles ein ganz ganz wichtiges zusammenspiel meines erachtens um eben wirklichen überblick über den gesamtmarkt und dessen dynamik zu bekommen der marco veröffentlicht sogar immer wöchentlich ein video mit den wichtigsten kennzahlen die in der woche anstehen und das sei es mir jetzt verziehen dass ich ihm für nur für den us markt mal ein paar wichtige zahlen vorweg nehmen werde und zwar während es diese woche der verbraucher und erzeuger preis index der ganz wichtig ist die der einkaufsmanager index und auch natürlich die einzelhandelsumsätze und die erstanträge der arbeitslosenhilfe sind auch nicht unbedeutend was aber am wichtigsten ist es gilt immer der grundsatz never fight the fed und wir haben glück die denn diese woche mittwoch veröffentlicht die fed die neue zinsentscheidung und da kann man jetzt mal sagen wenn vereinzelzahlen schlecht ausfallen dann wäre eine korrektur neben unserer technischen analyse unserer statistischen analyse und auch bezüglich unserer sentiment analyse sogar noch fundamental begründet und das wäre natürlich ein ganz ganz entscheidender faktor um wirklich von einer echten korrektur auszugehen dann bedanke ich mich für eure aufmerksamkeit und wünsche euch allen eine erfolgreiche handelswoche